Ich bleib bei meinen Freunden hier. Okay, cool. So kann ich gleich den nächsten Kollegen hier freilassen. Sehr schön. Ein bisschen das Geld aufsammeln. Oh, wenn die so auf einen zurennen, das kriegt man schon irgendwie ein bisschen. Wo sind meine Gorilla-Freunde? Oh, wo seid ihr? Oh, Gorilli. Da kommt er schon. Ja. Hui. Was ist denn das da hinten? Habe ich schon. So, da ist mein Gorilla-Freund. Auf mit Gebrüll. 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 Da ist er und wartet. Mein Gott, wie oft sind wir hier schon gestorben? Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, jetzt dauert es immer ein bisschen. Feuerspucker, ganz gefährlich. Cool. Okay, cool. Sehr schön. Oh, wir haben schon eine ganze Armee. Ja, ist doch schön, wenn es mal läuft. Ist ja schön, wenn es mal läuft. Zweifach Münzen. Zweifach Münzen. Okay. Gegen die Mauer geschossen, Nils. Pass doch auf. So, können wir gleich hier den nächsten freilassen. Ist wunderbar. Wunderbar zum Leveln. Wunderbar zum Leveln. So, da ist einer getötet worden, aber er hat schon wieder beliebt worden. Okay, sehr schön. Wunderbar. Passt. Ist da unten irgendjemand, das keiner. Ne, das keiner. Irgendwas mit Munition. Ach, unendliche Munition. Wow. Und ich kann jetzt schießen. Das kriegt man meistens immer dann, wenn man keine Feinde hat. Unendliche Munition. Wo sind denn meine Gorilla-Freunde? Da. Okay, keine unendliche Munition mehr. Okay. Okay, cool. Was ist das? War der Schaden? Okay. Vogelscheuche schaut richtig geil aus. Okay, cool. Sehr schön. Wunderbar. Whee! Mr. Midcylinder. Okay, schönes Team. Okay, das war jetzt heftig. Und ich kann meinen nächsten Gorilla-Freund freilassen. Sehr schön, so muss es sein. Aber ich habe keine Munition mehr. So, wir gehen mal rüber. Bleib bei die Affen. Bleib bei die Gorillas. Bleib bei die Gorillas. Weil die nämlich am schnellsten wieder beim Feind sind. Nämlich jetzt, seht ihr das? Jetzt wissen genau, wo der Feind ist. Dann brauche ich die jetzt suchen. Okay, cool. Okay. Ich gebe ihnen Rücken-Deckung. Whee! Das ist aber ein Haufen. Kommt die denn jetzt auf einmal her? Sehr schön. Oh, die Kleinen sind am gefährlichsten. Weil man die so schlecht sieht. Komm, unterstützt deine Freunde. Unterstützt deine Freunde, bitte. Sollte vielleicht... ...würde die andere Waffe verwenden. Ja, seht ihr? Jetzt wird es nämlich schon ein bisschen mehr hier. Wow, das schaut cool aus mit seinem Schild. Wo sind die Gorillas? Jetzt sind sie alle tot, oder was? Meine Gorilla-Freunde! Ja, jetzt sind sie alle weg, ne? Schade. Welche Runde? 25. 26. Okay. Wechsle zu deinem Messer. Okay. Hey, warum? Warum steht es da? Kann ich mal schnell... Nein, 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 nein. Bleib bei deinem Gorilla. Bleib bei deinem Gorilla. Bleib bei deinem Gorilla. Wo ist denn jetzt der Bub? Mit der Schwimm... Mit dem Schwimm... Wie heißt das? Schwimmring, oder was? Er lebt noch. Ja, wunderbar. Es sind sogar noch zwei am Leben. Gleich kommt der Nächste. Hui, die Kleinen sind am gefährlichsten. Sag ich doch. Hui, jetzt haben wir hier... Zweifach irgendwas. Zweifach Münzen. Okay, cool. Sehr schön. Können wir gebrauchen. 20.000 haben wir schon wieder. Ich merke das gar nicht. Ja, stehen bleiben ist hier immer doof, ne? Am besten immer in Bewegung bleiben. Oh, jetzt wird es aber brenzlig hier. Ich merke das somit. Ich werde das nicht ver suspense. Oh, jetzthh... Wo wird das nicht champions. 14-15ees.